Der Übergang von Autarkie zu Freihandeln mit Wohlfahrtsgewinnen verbunden sein kann, weil eben eine größere Menge des Gutes zu einem niedrigerem Preis gegebenenfalls verfügbar ist, wenn die Außenhandelsbeschränkungen aufgehoben werden und Güter vom Weltmarkt auch im Inland verfügbar sind. Nun geht es aber auch um die Überschrift Protektionismus. Protektionismus wäre also die Beschränkung von Freihandel durch verschiedene Maßnahmen und eine wichtige Maßnahme davon ist eben die Erhebung von Zöllen, dass also jede importierte Einheit mit einer Steuer versehen wird, die wir dann Zoll nennen und dadurch im Inland wieder verteuert wird. Es gibt unterschiedliche Begründungen für das Erheben von Zöllen. Wichtige sind zum Beispiel der Verbrauchseffekt, dass der Verbrauch des Gutes im Inland reduziert werden soll oder genannt wird auch der Schutzeffekt, dass die inländische Wirtschaft vor der ausländischen Konkurrenz geschützt werden soll. Staaten nutzen Zölle auch, um ihr Leistungsbilanzdefizit abzubauen, indem also Importe oder Importausgaben des Inlands gegenüber dem Ausland verringert werden und letztendlich ist ein Zoll vielleicht auch für viele Länder einfach eine wichtige Einnahmequelle für die Staatseinnahmen. Alle diese Aspekte können wir hier auch sehen in diesem Modell und ich will aber ausgehend von der Situation bei Freihandel, wie wir sie hier im ersten Teil im letzten Video entworfen haben, nicht nur irgendeinen Zollsatz festlegen, sondern auch noch den maximalen Zollsatz, damit die Zolleinnahmen, oder nicht den maximalen Zollsatz, den optimalen Zollsatz, damit die Zolleinnahmen maximiert werden. Das ist also der Staat möglichst hohe Zolleinnahmen. Ich habe das hier immer so formuliert, dass kurzer Zeit nach der Aufhebung des Ein- und Ausfuhrverbotes, also in der Situation des Freihandels, die Regierung feststellt, dass ihr Haushaltsbudget ein großes Loch aufweist, um diesem Missstand abzuhelfen, soll ein Mengenzoll auf den Import des Gutes eingeführt werden. Berechnen Sie, wie hoch die Regierung den Zollsatz festlegen muss, wenn sie ihre Zolleinnahmen maximieren möchte. Auch das kann ich mal versuchen, das hier zu modellieren. Das sollen dieselben Daten gelten wie im letzten Video. Also ich trage die Zolleinnahmen einfach so, und eine Grafe drin. Ihr habt mir hier eine Nachfragefunktion. Und für die Galt ist es gleich 18 minus 2P. Und wir hatten eine Geburtskurve X3P. Und bei Autarkie stellt sich ein Markt gleich Gewicht von T-Stern gleich 9 und X-Stern gleich 6 ein. Und ich glaube, T-Stern ist das nicht. Schauen wir. T-Stern 6, X-Stern 6. Und dann hatten wir hier einen Weltmarktpreis. Und der soll ja jetzt unsere Ausgangssituation darstellen, dass bei diesem Weltmarktpreis, die sich dann auch vom Inland durchsetzt, im Inland, wo die Menge XA gleich 2 produziert wird, aber die Menge XN gleich 14 nachgekommen hat. Und es werden also 12 Einheiten importiert. Ja, das soll ja jetzt unsere Ausgangssituation sein, dieses Freihandelsgleichgewicht. Und jetzt wird ein Zollsatz festgelegt. In diesem Zollsatz nehmen wir mal Z. Ein Zollsatz verteuert jede Einheit des am Weltmarkt eingeführten, vom Weltmarkt eingeführten Produktes. Und das kostet dann nicht mehr PW, sondern PW plus Z. PW kennen wir, das ist 2. Den Zollsatz kennen wir noch nicht. Den wollen wir jetzt gerade so bestimmen oder festlegen, dass die Zolleinnahmen maximiert werden. Was die Zolleinnahmen sind, können wir uns ja grafisch auch vorstellen. Und das wäre ja jetzt die Differenz zwischen PW und PW plus Z. Und zwar würde jetzt aber die Einführung des Zolls dazu führen, dass nun eine geringere Anzahl von Produkten, weil jetzt das Produkt im Inland teurer wird, nachgefragt wird. Ich nenne es mal XZ. Dafür kann aber eine höhere Menge im Inland produziert werden. Ich nenne es mal XAZ. Die Importe sind jetzt nur noch die Differenz zwischen XZ und XAZ. Wäre also hier ein waagerechter Strich in meinem Diagramm. Das wäre die importierte Menge. Und wenn wir die multiplizieren mit dem Zollsatz, die auf jede dieser Einheit erhoben wird, nennen wir hier diese schaffierte rote Fläche. Und das wäre meine Zolleinnahmen, wie den ich mal ZE. Diese Zolleinnahmen könnte ich maximieren, ja, möchte ich maximieren. Und wie können wir das ausdeuten, wenn wir feststellen, wo dieser Zollsatz nicht sein muss, ausgedrückt werden, und wir könnten diese Fläche berechnen als Rechte-X-Fläche. Die Zolleinnahmen wären also Z Zöhe dieses Rechte-X-Mal und jetzt hätten wir XNZ minus XAZ. Dienahmen nutzen, absolvieren. das radioactive-Xen-Fläche ist das Rechte. Diese Fläche wollen wir maximieren durch die richtige Wahl von Z. Ja, jetzt müssten wir XNZ und XAZ irgendwie noch ausdrücken. Die kennen wir ja, das ist die nachgefragte Menge beim Preis Pw plus Z. Dazu müssten wir das bloß in unsere entsprechende Nachfragefunktion einsetzen, die ja gegeben ist, stehen ja noch kurz an XNZ wäre jetzt den Preis Pw plus Z und das ist ja 2 plus Z. Eingesetzte Nachfragefunktion und das ist dann 18 minus 2 mal 2 plus Z. Das könnten wir hier also schon einsetzen, diesen Ausdruck können wir. Dann brauchen wir ja noch XAZ und das ist die Vorzollstücke auch. Und das wäre jetzt einfach 2 Pw plus Z und das ist ja 2 plus Z. Wenn wir diese Ausdrücke jetzt hier einsetzen in unsere Zolleinnahme, nehmen wir dann Z mal und XNZ ist 14 minus 2Z minus XAZ ist 2 plus Z. Boah, ich versuche auch möglichst viele Klammern aufzulösen. Jetzt wäre also Z und jetzt innerhalb der großen Rundenklammer hätten wir dann 14 minus 2Z minus 2 minus Z. Jetzt wäre das gleiche, wenn wir jetzt die Absolut-Wirme zusammenfassen, 12 minus 3Z. Das sind immer noch unsere Zolleinnahmen, die wir maximieren durch die richtige Wahl von Z. Das Maximum finden wir da, wo die R für Ableitung 0 ist. Man könnte sich das so vorstellen, dass die Zolleinnahmen eine Funktion des Zollsatzes sind, die so kolkarsch gekrönt sind. Und das Maximum liegt eben da, wo der Anstieg dieser Funktion 0 ist. Da ist unser Gipfel und das ist ja unser besuchter Zollsatzzentrum. Wir müssen also diese Funktion ZE, die wir formuliert haben, nach Z ableiten. Wir formulieren jetzt mal so die ZE nach die Z. Das wäre dann die Ableitung nach Z. 12Z nach Z abgeleitet. Und 12 können wir in jedem Summanden ableiten, weil Z in der Summe vorkommt. Und minus 3Z² abgeleitet wird minus 6Z. Das ist jetzt mal die erste Ableitung. Und wir müssen jetzt eben 0 setzen. Und dann haben wir hier Z in der Struppe sozusagen. In dem Moment, wo wir es 0 setzen, haben wir in jedem Summanden Zollsatz, müssen wir bloß noch danach informen. Das wäre also 6Z und 12Z bzw. 2Z wäre hier also unser optimaler Zollsatz, um die Zolleinnahmen zu maximieren. Wir können dann auch ausrechnen, wie hoch diese Zolleinnahmen sind. In der Aufgabe hier steht es gar nicht, aber es wäre jetzt denkbar, dass wir jetzt Z in alles einsetzen. Ich würde es sogar mal machen. Die eigentliche Aufgabe hier ist nicht. Aber vielleicht ist es einfach schön, um die Zahlen mal zu sehen, was es sich jetzt hier gibt. Also unser Preis wäre jetzt nach Verzollung 4Z. 2Z und 2Z. 4Z. Eine waagerechte genommen in Mitte zwischen 2Z und 6Z. Und wenn ich diese 4 in meine Angebotfunktion einsetze, hat es hier auch 4. Und wenn ich diese 4 in meine Nachfolfunktion einsetze, wäre es vielleicht 18 minus 2 mal 4 ist 8. Hier bei 10. Und unsere Zolleinnahmen wären dann eben die Höhe dieses Rechtecks 2 mal die jetzt bei Einführung des Zollsatzes noch importierte Menge von 10 minus 4 ist gleich 6. Das wäre jetzt nicht nur ein Worte. Und wäre also 2 mal 6. Das sind die maximalen Zolleinnahmen, die wir hier erzielen können. Die rein formal könnten wir die natürlich auch ausrechnen, indem wir in unserer Funktion der Zolleinnahmen Z gleich 2 einsetzen. Wir haben hier die Zolleinnahmen im Optimum. Das sind 12 mal 10Z, 2 dort drin, 10Z, 2 minus 3 mal 2 Quadrat. Und das sind 24 minus 12 gleich 10. Das ist eingrafisch gemützt, ja. Ja, mehr Zolleinnahmen können nicht erzielt werden. Und wir sehen auch, dass die Zolleinnahmen sozusagen so ein Abwägungsprozess sind. Das hat man hier auch ein bisschen an der Funktion gesehen, die ich einfach so unterstellt habe. Mit zunehmenden Zollsatz steigen wir erstmal die Zolleinnahmen, weil ich ja, wenn ich keinen Zollerheber auch keine Zolleinnahmen habe. Aber wenn ich mein Z-Opt übersteige, bekomme ich zwar pro importierte Einheit immer noch einen höheren Zollsatz, aber die Importe gehen immer weiter zurück, bis letztendlich kein Gut mehr importiert wird, je teurer die Auslandsgüter werden und die Zolleinnahmen wieder Null werden. In diesem Modell kann man auch die Effekte jetzt ganz gut grafisch ablesen. Das möchte ich auch mal noch erläutern, die ich einfach anhand habe. Also die Erhebung von Zollen wird insbesondere mit einigen Effekten zusammengebracht. Der erste Effekt wäre also der Verbrauchseffekt, dass der Verbrauch des Biegels im Inland reduziert werden soll. Und der würde sich ja grafisch ausdrücken darin, dass die im Inland nachgefragte Menge bei Einführung des Zolls gegenüber Freihandeln sinkt. Man sieht das hier in den Saar, die Erhebung der Reduzierung, die erhebliche Töneinnahmen, die reduziert werden. Ich will jetzt mal die Regierende Säfte machen. Das war der erste Feldweiter im Ausland. die in England nachgefragte Verbrauchte sind von 14 Freihandeln. Ein zweiter wichtiger Effekt, den man genannt hat, ist der Schutzeffekt. Die Produktion im Inland besetzt werden soll und erkennt man, dass die inländische Produktion steigt von xa auf xa z. Die Produktion im Inland besetzt werden soll. 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 Dann noch einen Effekt, den wir erwähnen könnten. Das ist der sogenannte Einnahmeeffekt, dass die Zolleinnahmen anzuschreiben. Die Produktion im Inland besetzt werden soll. Und schließlich gibt es noch den vierten Effekt. Die Ausgaben für Importe, die würden jetzt sinken. Und zwar hatten wir vorher bei Freihandeln hier in der Porto im Umfang von xm minus xa. Das war die Importe bei Freihandeln.